Lucy Mannheim war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Leben Sie gab 1916 ihr Debüt am Königsberger Schauspielhaus und spielte von 1918 bis 1922 an der Volksbühne Berlin. Danach arbeitete sie bis 1933 am Preußischen Staatstheater, wo sie in zahlreichen Inszenierungen ihres Mannes, des Regisseurs Jürgen Fehling, auftrat. Sie spielte U.A., die Hennele in Gerhard Hauptmanns Hennelles Himmelfahrt, das Kädchen in Kleist's Das Kädchen von Heilbronn und die Julia in Romeo und Julia. Sie trat unter Fehlings Regie auch in Altberliner Gesangspossen wie das Fest der Handwerker auf. Seit 1918 trat Lucy Mannheim im Stummfilm auf. Ihren ersten Einsatz hatte sie inzwischen zwei Welten. Sie spielte im Film zunächst bäuerliche Mädchenrollen. 1923 hatte sie die weibliche Hauptrolle, die junge Hirtin, in Fritz Wendhausens Filmballade Der steinerne Reiter. Im selben Jahr war sie außerdem zu sehen in G. W. Papsts erstem Film Der Schatz als Tochter des Glockengießers sowie in F. W. Murnaus verschollen im Bauerndrama Die Austreibung. Der Tonfilm Madame Wünscht Keine Kinder war ihr letzter Film in Deutschland bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Lucy Mannheim war jüdischer Herkunft und begab sich deshalb 1933 nach Großbritannien ins Exil. Sie spielte in London Theater und arbeitete beim deutschen Programm der BBC mit. Zunächst hatte sie einen Auftritt in Alfred Hitchcocks Streifen die 39 Stufen von 1935. Während des Krieges sprach sie oft im Rundfunk und appellierte an die Soldaten, den Krieg aufzugeben. Sie sang eine als «Anti-Hitler-Version» bekannte Persiflage auf Lale Andersons Lillie Marlene. Auch einen Propagandafilm The True Story of Lillie Marlene drehte sie im englischen Exil. Nach 1949 gab sie Gastspiele in Deutschland. 1953 kehrte sie nach Deutschland zurück und nahm ihre schauspielerische Arbeit wieder auf. Hier sind die 1958 gedrehten Streifen gestehen sie, Dr. Korda und der eiserne Gustav sowie der letzte Zeuge an der Seite von Martin Held und Hans Lothar zu erwähnen. Ab 1964 war sie lediglich noch in einigen Fernsehspielen zu sehen. Darunter waren die Fernsehproduktionen Gerechtigkeit in Vorowo-Gorsk, Der Trojanische Krieg findet nicht statt und General Frederik. Ihre letzte Rolle hatte sie in dem Fernsehspiel Cher Antoine oder Die verfehlte Liebe. Lucy Mannheim erhielt 1967 das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Seit 1941 war sie mit dem englischen Schauspieler Marius Goering verheiratet. Text der Lillie Marlene Persiflage Diese Lillie Marlene Version eines unbekannten Textes stellte eine der propagandistischen Fassungen für die heimlichen BBC-Hörer in Deutschland dar und wurde meist mit anschließenden Aufforderungen zur Aufgabe während des Krieges gesendet. Ich muss heut an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben, und lieb, dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht. Ich wart an der Laterne. Deine Lillie Marlene was ich still hier leide, weiß nur der Mond und ich. Einst schien er auf uns beide, nun scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne steh, mit meinem eigenen Schatten. Deine Lillie Marlene vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika. Doch irgendwo, da fällst du, so willst dein Führer ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, oh möge die Laterne stehen in einem anderen Deutschland. Deine Lillie Marlene der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau, zu weisen macht der Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den, will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne. Deine Lillie Marlene 6 6 6 7 8 9 11 11